Herzlich willkommen zu Wissen vom FAS, diesmal online. Anstatt fünf Kneipen haben wir fünf Videos für Sie vorbereitet. Und jetzt wird Jonas Schmidt-Schanasit neue Viren mit uns entdecken. Ziehen Sie Ihre Maske auf. Hallo, mein Name ist Jonas Schmidt-Schanasit. Ich bin Arzt und Virologe, arbeite an der Universität Hamburg und am Tropeninstitut, beschäftige mich natürlich als Virologe mit Viren, insbesondere mit exotischen Viren und mit Ausbrüchen, die diese Viren hervorrufen. In Deutschland, aber eben auch weltweit. Und heute möchte ich Ihnen erklären, wie Sie sich ganz konkret daran beteiligen können, dass es uns besser gelingt, Ausbrüche zu verhindern oder auch Ausbrüche zu entdecken. Und ich glaube, die Relevanz dieser Arbeit ist ja gerade durch die aktuelle Pandemie, durch das SARS-CoV-2 klar geworden. Insofern freue ich mich, Ihnen hier etwas über Citizen Science, Bürgerwissenschaft erzählen zu dürfen. Citizen Science, Bürgerwissenschaft ist die Grundlage, eine wichtige Grundlage für unsere Arbeit. Was bedeutet das konkret? Das bedeutet konkret, dass Sie sich an wissenschaftlichen Projekten beteiligen können. In Deutschland gibt es eine Reihe von Citizen Science-Programmen. Zwei möchte ich Ihnen vorstellen. Zum einen die sogenannte Todvogel-Sowelens-Überwachung, wo Sie also, wenn Sie einen toten Vogel bei sich im Garten finden oder eben auf der Straße, diesen toten Vogel zu uns schicken können. Dann schauen wir nach, welche Erreger wir in diesem toten Vogel finden. Und diese Daten sind ganz, ganz wichtig, um eben Epidemien frühzeitig zu erkennen oder eben sogar Epidemien zu verhindern. Das andere Citizen Science-Programm ist der sogenannte Mückenatlas, wo Sie also jederzeit eine Mücke einsenden können, wenn Sie die im Garten finden, in der Küche oder irgendwo. Und dann bekommen Sie als Information zurück, was für eine Mückenart es sich gehandelt hat. Und wir haben natürlich gleichzeitig Möglichkeit, in diesen Mücken auch nach Viren zu schauen, nach Erregern. Welche Viren finden sich dort? Und Sie wissen ja, dass sich auch exotische Mücken in Deutschland ausbreiten, unter anderem die asiatische Tigermücke, die eine geeignete Mücke ist, um eine ganze Reihe von exotischen Viren zu übertragen. Das ist glücklicherweise bisher noch nicht in Deutschland passiert. Aber genau deswegen ist Ihre Beteiligung an der Bürgerwissenschaft, an den Citizen Science-Programmen so entscheidend, damit wir da wirklich ein Frühwarnsystem haben. Weil Sie können sich vorstellen, dass wir nicht Tausende von Wissenschaftlern haben, die jeden Tag durch Deutschland streifen können, um Mücken einzusammeln oder eben um die toten Vögel einzusammeln. Insofern ist dort Ihre Beteiligung ganz wichtig. Und ich möchte Ihnen in diesem Zusammenhang dann auch nochmal jetzt erklären, was eigentlich mit diesen Mücken oder auch mit den toten Vögeln passiert. Warum eigentlich Vögel, tote Vögel und Mücken? Nun, bei diesen Viren, die uns Sorgen machen, das haben Sie jetzt ja bei SARS-CoV-2, beim neuen Coronavirus gesehen, handelt es sich meist um Viren, die von Wildtieren auf den Menschen übertragen werden. Und manchmal passiert das nicht direkt, sondern manchmal ist auch ein sogenannter Vektor zwischengeschaltet. Das ist also entweder eine Zecke oder eine Stechmücke, die dieses Virus von einem Wildtier auf den Menschen überträgt. Diese Wildtiere können Fledermäuse sein, sind aber eben oftmals auch Vögel. Darum haben wir hier in Deutschland insbesondere einen Fokus auf die Vögel gesetzt. Und es ist in den letzten Jahren auch schon zu Ausbrüchen mit diesen exotischen Viren in Deutschland gekommen. Zwei Viren will ich Ihnen hier ganz konkret nennen. Zum einen das Usutu-Virus. Der Name Usutu, das ist ein Fluss zwischen Südafrika und Mosambik. Dort wurde das Virus das erste Mal entdeckt und es ist hier in Deutschland als Amselkiller-Virus bekannt geworden. Kann aber eben auch zu Erkrankungen bei Menschen führen, insbesondere Menschen, die Vorerkrankungen haben, die immunsupprimiert sind. Dort kann es eben im schlimmsten Fall auch zu einer Entzündung des Gehirns kommen. Dieses Virus zirkuliert nun schon seit mehreren Jahren in Deutschland und hat sich in ganz Deutschland ausgebreitet. Und Citizen Science war hier letztendlich auch wieder die Grundlage dafür, dass wir die Ausbreitung genau verfolgen konnten, was die Faktoren der Ausbreitung sind. Das zweite Virus, was erst seit wenigen Jahren, seit drei Jahren in Deutschland zirkuliert, ist das West-Nil-Virus. Auch wieder, Sie hören das schon am Namen, West-Nil. Natürlich eine bestimmte Region in Afrika, wo das Virus das erste Mal nachgewiesen wurde. Und auch dieses Virus hat also die Reise von Afrika nach Europa, nach Deutschland geschafft. Und führt eben bei Menschen zu einer schweren Entzündung des Gehirns. Und man kann dann eben auch an dieser Infektion versterben. Und das ist in Deutschland auch schon passiert. Also letztendlich eine neue Situation in Deutschland. In den letzten Jahrzehnten mussten wir uns ja eigentlich bei Mückenstichen nie große Sorgen machen. Die haben ein bisschen gejuckt, konnten sich auch mal entzünden. Aber jetzt ist die Situation also so, dass diese Mücken auch Viren übertragen können. Und man an dieser Infektion im schlimmsten Fall eben auch versterben kann. Insofern ist Ihre Arbeit umso wichtiger, dass wir das genau verfolgen können. Und frühzeitig eingreifen können, wenn es zu diesen Ausbrüchen in Deutschland kommt. Um das einmal ganz konkret zu machen, was passiert, wenn Sie uns einen toten Vogel schicken? Zuerst sollten Sie erstmal darauf achten, dass der Vogel natürlich nicht nur, nicht schon zwei Wochen im Garten irgendwo liegt, sondern dass der relativ frisch ist. Sonst können wir leider mit dem Vogel auch bezüglich der Analyse wenig anfangen. Also bitte halbwegs frische Vögel einschicken. Genaue Anleitungen dazu finden Sie ja auch im Internet, zum Beispiel unter den Internetseiten des Naturschutzbunds Deutschland. Wenn wir diesen Vogel bekommen, findet erstmal eine Sektion statt. Wir entnehmen bestimmte Organe und diese Organe müssen dann natürlich auf diese Virusinfektion untersucht werden. Nun hat man das Problem, dass Viren ja winzig klein sind. Das heißt, wir können nicht einfach so ein Organ unter ein Mikroskop legen und sehen dann, ach, da ist ein Virus drin. Das geht leider nicht. Und um Ihnen das mal zu verdeutlichen, wenn Sie sich jetzt im Weltraum bewegen würden und ich hätte jetzt hier so ein DIN A4-Blatt, dann müssten Sie das letztendlich sehen und das sehen Sie natürlich nicht. Also müssen wir dieses DIN A4-Blatt vervielfältigen. Und da gibt es eben eine bestimmte Methode, die sogenannte Polymerase-Kettenreaktion, wo wir also die Erbsubstanz des Virus vervielfältigen können, exponentiell vervielfältigen. Und wie kann man sich das vielleicht ganz einfach mal vorstellen? Wir legen dieses DIN A4-Blatt einfach in einen Kopierer, dann haben Sie zwei DIN A4-Blätter. Wenn Sie diese zwei DIN A4-Blätter wieder in zwei Kopierer legen, haben Sie vier DIN A4-Blätter. Und wenn Sie das Ganze 20 Mal wiederholt haben und auch eine entsprechende Anzahl von Kopierern, nämlich 500.000, dann haben Sie eine Million dieser DIN A4-Blätter. Und das sind dann schon 62.000 Quadratmeter, neun Fußballfelder. Und das ist dann schon etwas leichter zu sehen aus größerer Entfernung als dieses einzelne DIN A4-Blatt. Und genauso können wir das dann auch im Labor sehen. Wir können dann diese große Masse an Erbsubstanz wirklich auch mit dem bloßen Auge sehen. Wir können sie sichtbar machen. Und das ist dann eben ein Hinweis darauf, dass das Virus in dieser Probe vorhanden ist. Natürlich ist das kein Beweis, dass das Virus auch infektiös ist. Das ist letztendlich, wenn eine Stechmücke diesem Vogel gestochen hätte, auch übertragen werden kann, dass die Stechmücke sich daran infiziert und das Virus auch auf den Menschen übertragen kann. Dafür brauchen wir ein anderes Verfahren. Das ist ja jetzt zum Beispiel auch beim neuen Coronavirus oft diskutiert worden. Mit der PCR weise ich die Erbsubstanz des Erregers nach. Das heißt nicht zwangsläufig, dass ich auch infektiös bin und dass ich auch infektiöses Virus übertragen kann. Um infektiöses Virus nachzuweisen, brauchen wir eine andere Technik. Und zwar die Zellkultur. Das sehen Sie hier. Hier sind also kleine Plastivertiefungen und dort sind letztendlich Zellen aufgebracht. Ich habe die jetzt einfach mal so lila angefärbt, damit Sie überhaupt was sehen. Ansonsten wären die farblos. Auf diese Zellen können wir Stückchen der Organe oder wir homogenisieren diese Organe aufbringen. Und wenn dort Virus drin ist, was vermehrungsfähig ist, dann wird es die Zellen infizieren und zur Zerstörung dieser Zellen führen. Und genau das können wir sehen. Wir sehen ja ganz viele kleine Pünktchen in dieser lila Farbe, also in den Zellen. Das sind letztendlich die zerstörten Zellen, die diese Löcher hinterlassen haben. Und hier können wir wirklich auch mit bloßem Auge sehen, dass das Virus infektiös gewesen ist, dass es sich vermehrt hat. Und das ist letztendlich der Beweis, dass es auch möglich gewesen wäre, hätte eine Mücke diesen Vogel gestochen, dass das Virus über die Mücke auf den Menschen übertragen werden kann, weil es eben infektiös ist. Diese ganzen Informationen nochmal können wir nur erbringen aufgrund ihrer Arbeit, aufgrund ihrer Einsendung. Insofern ist es nochmal ganz wichtig zu betonen, dass das wirklich die Grundlage für unsere Arbeit ist, nicht nur sozusagen um Infektionen nachzuvollziehen, also ist der Vogel positiv, ist der negativ, sondern auch in Bezug auf die Impfstoffentwicklung zum Beispiel oder das Verständnis, wie sich diese Viren ausbreiten. Wir haben ja dann einen bestimmten Fundort, wo der Vogel herkommt oder wo die Mücke herkommt, die wir genauso untersuchen können. Und dann können wir verfolgen, woher ist denn das Virus gekommen und was sind die klimatischen Faktoren, die vielleicht zu der Ausbreitung geführt haben. Sie müssen sich nämlich vorstellen, wenn man die Erbsubstanz des Virus vervielfältigt hat, kann man sie auch sequenzieren, den genetischen Code entschlüsseln. Und aufgrund der Sequenzabfolge können wir nachvollziehen, woher das Virus gekommen ist. Ist es aus der Tschechischen Republik gekommen? Ist es vielleicht direkt aus Afrika gekommen? Und das sind ganz wichtige Informationen, um ein Verständnis dafür zu gewinnen, wie sich diese Viren ausbreiten. Auf der anderen Seite können Sie diese genetischen Informationen auch dazu benutzen, um Impfstoffe zu entwickeln. Das ist ja zum Beispiel beim neuen SARS-Corona-Virus genauso passiert. Da hat man auch eine PCA gemacht, hatte den genetischen Code. Und auf Grundlage des genetischen Codes konnte man die mRNA-Armstoffe innerhalb kürzester Zeit entwickeln. Da brauchte man nicht mal das Virus anzuzüchten. Weil Sie können sich vorstellen, dass das etwas zeitintensiver ist, dass Sie da auch sehr sichere Labore brauchen. Das heißt, Sie können nicht in ein normales Labor gehen, sondern in ein sogenanntes Hochsicherheitslabor, weil Sie ja eben mit Virus arbeiten, was infektiös ist. Bei der PCA brauchen Sie das nicht, da ist das inaktiviert und Sie arbeiten nur mit der Erbsubstanz. Aber das reicht schon aus, um Impfstoffe zu entwickeln. Aber auch das lebende Virus, was Sie aus den Vögeln oder Stechmücken isolieren können, ist ganz wichtig. Zum Beispiel, um Medikamente zu entwickeln. Insofern kann ich nur noch mal mich bedanken, wenn Sie sich schon an Citizen-Science-Programmen beteiligt haben. Wenn Sie es noch nicht gemacht haben, kann ich Sie nur dazu auffordern, es zu machen. Es gibt auch viele spannende Citizen-Science-Projekte im Bereich der Klimafolgenforschung, also ein ganzes Dutzend. Sie können sich da im Internet auch sehr breit informieren. Es gibt sogar eine eigene Internetseite nur für Citizen-Science-Programme, für Bürgerwissenschaft. Und ja, das war letztendlich mein Anliegen, was ich Ihnen hier näher bringen wollte. Und ich hoffe, ich konnte Sie für dieses Anliegen begeistern. Vielen Dank. Vielen Dank.